Man könnte denken, dass wir gerade im Schwarzwald sind. Nein, wir sind nicht im Schwarzwald. Wir sind in der grünen Metropole Hamburg und hier in einem der grünsten Stadtteile der Stadt, nämlich in Bahnenfeld, im Hamburger Volkspark. Bahnenfeld, ein wunderbarer Stadtteil. Auf der einen Seite grünen Anlagen, den Volkspark. Auf der anderen Seite Innovation, Wissenschaft, Forschung. Science City wird nach Bahnenfeld kommen. Das verbindet die Menschen in diesem großen Stadtteil. Die Vielfalt der Möglichkeiten, auf der einen Seite wie gesagt grün, aber auch Innovationen, Arbeitsplätze auf der anderen Seite und wir haben natürlich auch Kultur in Bahnenfeld, Kinder- und Jugendarbeit in Bahnenfeld und wir haben auch Sport in Bahnenfeld und selbst als St. Paulianer kann ich doch mit Stolz auf ein wunderschönes, großes Stadion hier in Bahnenfeld verweisen.